Hallo und herzlich willkommen bei HCG Corporate Designs. In diesem Video geht es um Geschäftsberichte, das Kommunikationsmittel schlechthin zwischen Investor Relations und den Aktionären. Für potenzielle Investoren geht es um die Frage, soll ich mein hart verdientes Geld in Ihr Unternehmen investieren oder lieber in ein anderes? Ein Geschäftsbericht hat einen großen Einfluss auf diese Entscheidung. In diesem Video zeige ich Ihnen eine Muster-App für einen solchen Geschäftsbericht. Interaktiv, multimedial, intuitiv bedienbar, ohne Druck und Portokosten und endlos skalierbar. Viel Spaß! So, hier haben wir die Startseite, eine kleine Navigation und Erklärung, wie diese App funktioniert, welche Button es gibt und so weiter, wie man navigiert. Ein Vorwort des Vorstandes mit eingebettetem Video, was man auch vor- und zurückspulen kann, passend zur Finanzwelt. Natürlich kann man auch Videos verlinken aus YouTube oder anderen Websites. Infografik, Stil, verschiedenes Zahlenmaterial. Hier gibt es eine sogenannte Pull-Out-Tab, das heißt man kann zusätzliches Text oder Bildmaterial in den Bildschirm rein swipen und dann auch wieder raus swipen. Highlights 2016, auch eine nette Idee. Man kann sich durch verschiedene Monate tappen. Vorstellung verschiedener Geschäftsfelder, was die Bank alles macht oder was die AG alles macht. Hier sehen Sie interaktive Kreisdiagramme. Viele Leute jammern ja, dass Geschäftsberichte so schwierig zu lesen sind. Viele Leute verstehen das Zahlenmaterial in Geschäftsberichten auch nicht. Und solche Kreisdiagramme sind natürlich optimal, um dem Abhilfe zu schaffen und machen einfach Spaß, sie zu lesen. Vor allem, wenn sie so interaktiv gestaltet sind. Tägliche Erfolgsgeschichten. Treffen Sie die Kunden. Hier sehen Sie auch wieder eine Animation, was man sehr schön einbauen kann in die Start-Bilder. Hier hat man einen Scrollbank Text und hier die Story dieses Kunden. Also man kann hier wirklich tolles Storytelling betreiben. Hier auch wieder Scrollbacher Text. Emma und Thomas Schmidt Investment Banking. Was haben Sie erlebt? Emma und Thomas Schmidt investieren 600 Euro pro Monat in Fonds und steigerten ihr Fondsvermögen um 67% in den letzten 5 Jahren zum Beispiel. Und ein Zitat des Kunden. So kann man super Storytelling betreiben. Erfolgsgeschichten von Kunden erzählen. Und das ist immer eine super Sache. Wachstumsmärkte, Investitionen in die Zukunft. Plus 8% Mexiko. Wie Sie schon sehen, es gibt da unterschiedliche Wachstumsprognosen für verschiedene Länder. Das kann man natürlich mit allem Möglichen machen. Oder auch animiert. Gibt es was zum Thema Umwelt, was man auch mit Sound hinterlegen kann. Oder auch etwas zum Thema Soziales, Menschen. Auch wieder mit einer Audiodatei hinterlegt. So kann man super Emotionen vermitteln. Zahlenmaterial als Scrolltabelle zum Beispiel. Und der Kontakt für Ihre App mit E-Mail und Website Verlinkung. Diese App wurde für iPads erstellt, um eine maximale User Experience zu gewährleisten. Natürlich sind Apps aber auch für iPhones und sämtliche Android Devices machbar. Sie können sich die App kostenlos herunterladen. Klicken Sie einfach auf dieses App-Icon. Oder suchen Sie im Apple App Store nach Geschäftsbericht Design. Wenn Sie Fragen haben oder selbst einen Geschäftsbericht im App Store haben möchten, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an office-at-hcg-corporate-designs.com und ich helfe Ihnen gerne weiter. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.